Hey Leute, euer Race ist wieder hier und heute dachte ich mir einfach, ich schock mal eine Runde Outlast für euch. Schaut euch das Video am besten mit Kopfhörer an, weil man dann alles am besten hört. Ich hab mich ein paar mal erschreckt und ich hoffe, ihr werdet es auch. So, und hier verabschiede ich mich auch. Schaut es euch auf jeden Fall ganz an und haut rein. Tschüss. Schaut es euch auf jeden Fall. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. I see you have a calling. I see you have a calling. Oh, 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 oh. Get them out, please. It doesn't return. It's unclean. You're unclean. You're unclean. You're unclean. Oh, come on. Das war's. Das war's. Das war's.